Links, sagtest du? Ja, ja, ja. Da sind sie, da laufen sie. Wow! Oh, ich hab ihn getroffen. Diese scheiß Dino. Tod. Erledigt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Macamagall und willkommen zu meinem Gameplay-Ontigen-Kanal. Jetzt gibt es hier eine Runde Fortnite Battle Royale mit den Exos Primatus, dem Hightower und mir. Ich wünsche euch viel Spaß. Liste ein Like da, Abo, teilt es mit Freunden etc. Viel Spaß. Let's go. Kass auf. Weil ich ein Profi bin. Profis sind immer schnell. Die wissen, wie sie einen Hebel zu drücken haben. Steht hier. Du kannst auch zum McDonalds und dem Big Mac TS probieren. Ja, genau. Weil er so... Einer Schmisch. Einer Goldene Sky. Ey. Hast du gar nicht verdient, Thomas. Wo denn? Wo lag die Scheiße denn? Um auf dem Dach lag die hier. Ja, hab ich nicht gesehen. Theoretisch hört sie an mir, ne? So, so. Ja, weil ich halt erstes da war. Macht doch Sinn. Und ne blau-blau-Punk. Das lässt mir kurz so machen. Ja, meistens werden wir guten Loot haben, ne? Oder einer von uns. Ist das echt scheiße. Ist mal ein Saftkirchen. Ja, ja, ja. Mal, geht doch kaputt hier. Hier ist keine Kiste. Ich hatte nur einer auf dem Hochstand. Ich gehe jetzt mal wieder darüber. Da oben sehe ich doch eine Kiste leuchten. Hier ist auch eine grüne Taktische. Vielleicht finde ich hier drüben eine. Ich habe Mini-Schilder für irgendeinen. Versteht ihr das? Ich habe hier nur zwei Sturmgewehr. Oh, ich habe hier einen grünen Sturmgewehr. Ist hier drüben auf Klo. Macho, 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 man. Hier. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Oh. Oh. hier oben ist nix ich glaube ich schon alles abgegrast irgendwo auf der toilette ist eine grüne m16 hier hab sie gefunden wieder wir haben es nicht so weit als gewollt die würde ich nehmen die taktische habt ihr jetzt das gewehr aufgenommen wo ist hier jetzt die taktische hier gibt es hier her danke richtung norden ja aber ich habe mir nicht mehr zu looten thomas so der hat jetzt übelst du baum als jetzt gleich der typ eine pinata da ist noch eine kiste ich habe auch mit die stelle kam komm her jetzt vielleicht bist du voll wenn du hier runter kommst das große saft und ich glaube die noch mal zwei mini schilder ich habe 200 munitions hier ist noch eine grüne schilder drin ist einmal mini schilder ich baue dich hoch alles easy ich habe jetzt 500 kommt einmal rum und dann kannst du die säfte geben da drinnen einmal der der tür ist sind die kleinen dann bist du voll meine so ich will auch ein lama finden wir können wir können wir können das ist ja auch die mini schilder als erstes nehmen ach so ich habe jede menge loot vorsichtig das kann ich schon wieder nix bauen oben auf dem turm ist die kiste wie sie sich von da oben aus kämen vor allem bescheid ist nichts auch hier von meinersinn nö, hier liegt keine Schnee wie nur Diegels ich nehm meine Diegel mit hier wurde mächtig gefisst da hinten kommt doch ein Airdrop runter östlich da ist auch noch ein Turm ja sieht hier alles ganz normal aus Osten sind da zwei Leute auf der Wiese Osten sind da zwei Leute auf der Wiese die einfach drum rumstehen sieht so komisch aus ich erkenne das nicht oh hier ist eine scheiße der hat mich gesehen oh man, wieso kriegt der nicht mehr oh jetzt von rechts auch noch mal da wo der Loot lag Thomas Och Mann der ist hier hinterm Baum ja Kevin, was ich gekriegt scheiße neeein Thomas oh der hat Thomas zu so gehittet haben sie sich angeschlichen die Fotzen schade ne schade ja Thomas ne hier hätten sie auch noch was rein hier hätten sie auch noch was rein ach ne ist der Zaun gewesen ach stimmt oh der hat mich schnippie schöne schnippie das wäre es natürlich gewesen für mich schnippie ist gar blaues schnippie ach das da hinten sind es sind die Zaunpfähle die ich gesehen habe es sind die Zaunpfähle die ich gesehen habe so Brian wir müssen jetzt oh ja wir müssen an der scheiße oh Gott wir holen eh bisschen für dich wir holen eh bisschen für dich für die Gruppe für die Gruppe hat die immer hier hochbauen alter das ist auch immer doll weil du mir befohlen hast das ist was putzpupp das ist was putzpupp gut schnell hier reingucken ok 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 weiter ja alter dass sie einen jetzt immer fischen müssen sie ne ich weiß auch nicht warum wollte dich jetzt finishen weil du ne Ska hattest der Wichse mit der Ska muss sterben ja hast du den denn gefinisht den anderen ne ne wir haben den ja nicht gefinisht ich hab den nur noch schluss ja ich meinte ob du den komplett gefinisht hast oder nur ausgenockt ne den hab ich nicht gefinisht vor links schlüsse ja aber die haben einen empfalt ja gut dann wollte er einen von uns unbedingt töten weil der andere ja auch tot war alles klar aber ein Container wird gebaut alles klar aber ein Container wird gebaut oh da oben rein hier über uns ja ich seh schon Aua 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 ich habe die schnippine hand wo genau hier ist eine halbautomatische sniper links sattest du das ist ja ich habe getroffen eine scheiß dino tot erledigt und das autor ja ich muss erst mal verbände ich habe nur zehn hp das scheiß die nur ganz schön in gerichtet scheiß facken die nun aber hier habe ich mir das neid war eines gegeben alle schade dass kein headshot war dann wäre so voraus genockt gewesen das hat er hier gehabt der lila pumpe die man noch mal links ist gleich lauf haben wir gut die ist nicht schneller als wir diesmal in die zone ich komme kommen gleich da von rechts kommen von geradezu ich sehe ich sehe sie hinten wurde auch gebaut im pfeil oder ein bisschen dichter hier auf der was sie hier gebaut haben ja der kam ist vorbei der lootet der fing er zu loben shit der wollte ich gerade heilen das heißt er ist er ist da hält sich scheißpisser was ist der wichser so gut alles klar der muss kommen da ist er ich muss mir jetzt mal heilen ich muss mir jetzt mal heilen ich muss mir jetzt mal heilen ja ich muss mir auch tief neben den lila einen one shot zwei ja oh da ist auch ein großer oh ne da ist ein medikit hat jemand noch ein Schild ja hier liegt ein Schild das ist keine one shot thomas das ist eine halbautomatische das ist eine halbautomatische da unten ist er saftkäpen hier eine an der grenze können wir ich darf erstmal nach Thomas wir holen uns den sieg wir holen uns den sieg wir holen uns den sieg oh da ist gleich zwei brian hier zwei solche luftballons hier luftballons warte 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 geh nicht vor schau 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 von wo kam die schüssel lass mal hier so rüber von halb rechts kam er ja ich will ich geh also lass mal zum zum camping lang hier sind nur noch drei feindliche ach so das schild hast jetzt deine quest auch endlich fertig ja ich glaube ja ich sehe auch keinen ich guck mal ob im haus eine rund im bild da wurden im haus wird auf jeden fall gebaut die beiden sind angeschossen die beiden airdrops da läuft da laufen zwei weiter vor warte weiter vor ich warte nur zu hoch einen hab ich getroffen da zwischen den häusern fünste da hat ein walk-and-launcher gleich geknallt da geht die treppen hoch breit die da gebaut wurde das ist ein ganzes team noch alle das drei leute oh mein da läuft der ja ah fuck wieso ah nein wo bist du bereit hier fuck die haben die bessere posi die müssen aber auch noch die kommen die kommen die kommen die kommen da kommt hoch der weg sechse stirb junge warte schau warte ich muss mich jetzt halten ich muss mich jetzt halten nein es ist nur noch eine da sind noch chillies walk-and-launcher johle ach so ich muss mich auch war der doof ist die zone warte die geht noch nicht los ich muss mir erstmal verbände reinknallen wo ist der andere dödel warte hier der ist hier ja 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 thomas für dich das war für dich junge nicht mehr danke Jungs danke Jungs super geil ey die eben grad ne die hättens besser machen können gut deswegen ist es ja so richtig eine erhöhte Position ringeklassen natürlich Tschüss, tschüss darauf.